Hallo zusammen, es geht heute um das Thema Energielabel A++++ und dieses gibt es nicht mehr. Neu haben wir eine neue Energieklassifizierung von A bis G und die Berechnungen der Kühlboxen sind auch anders. Zum Beispiel der Stromverbrauch wird dann bei plus 16 Grad gemessen und ähnliche komische Sachen. Früher hatte man deutsche Industrie genommen, 5 Grad in, 25 Grad außen. Aber es geht jetzt diesmal darum, ist dieses Gerät noch Label-pflichtig. Ich habe hier die Verordnung, schauen ob wir hier mehr Licht kriegen, ja. Das könnt ihr euch runterladen, wenn ihr Glück habt, verlinke ich es euch unten drin. Und da steht, das ist die Verordnung 2017-1369 und hier steht in dieser Verordnung, im Absatz 1, von dieser Verordnung gilt nicht für mobile Kühlgeräte. Okay, könnt ihr nachlesen. Das ist ein mobiles Kühlgerät. Aber, jetzt definieren wir, was ist ein mobiles Kühlgerät. Und da wird es dann kompliziert. Das ist hier dieser Absatz, könnt ihr anhalten und euch durchlesen. Mobile Kühlgerät bezeichnet ein Kühlgerät, das verwendet werden kann, wenn da kein Zugang zum öffentlichen Stromnetz besteht. Und das Kleinspannungsstrom, tiefer als 120 Volt Gleichstrom oder Brennstoff oder beides als Energiequelle für die Kühlfunktion nutzt. Brennstoff, wir kennen die Absorberkühlgeräte, diese Absorberkühlgeräte brennen mit Gas und so weiter. Die wären also nicht betroffen. Die ausser mit Kleinspannung oder Brennstoff oder beidem mit Netzstrom betrieben werden. Und jetzt wäre das hier. Jetzt kommt aber hier ein Satz. Ein Gerät, das mit einem Gleichrichter im Verkehr gebracht wird, ist kein mobiles Kühlgerät. Was heißt das? Ich drehe die Box um. Das ist unsere Y16P. Die hatte bis jetzt kein Energielabel, weil sie ein 12 Volt Gerät ist. Und wir haben hier ein Netzgerät dazu, als Option. Und wir verkaufen das im Katalog drin, kann man das Netzgerät erwerben. Ist zwar ein separater Posten, aber das ist jetzt die Frage, in Verkehr gebracht wird. Also wenn ich das auf einer Rechnung stehen habe, verkaufe ich ja das als Set. Das heißt, ich habe hier einen Gleichrichter. In der englischen Version von diesem Gesetz steht nicht Gleichrichter, sondern ACDC-Converter. Ich kann kein Englisch, aber ein ACDC-Converter ist ein Converter, ist ein Wandler. Also das heißt, ACDC-Wandeln, also das muss ein Musik-Wandler sein. Von ACDC auf Modern Talking oder sowas. Ist doch scheiße. Aber, dieses Gerät besitzt diesen Kompressor. Das ist der Secco PD 1,4 und dieser Kompressor wird gespießen hier mit AC, äh sorry, mit DC. Und dann wird ein Drehfeld, ein Drehstrom produziert auf AC. Das heißt, dieser Kasten, der hier vorne dran sitzt, ist ein ACDC, also Gleichstrom, auf Wechselstrom. Und mit diesem Gerät betreibe ich diesen Kompressor hier. Kommen wir nachher dazu. Bei dieser Box hier, sitzt dieser Kompressor drin. Das ist der größere, das ist der BNE35. Und hier habe ich auch ein ACDC-Wechsler. Also, falsch. Ein DC auf AC, also von Gleichstrom auf Wechselstrom. Es gibt jetzt aber, diese Steuerung hier, die passt hier auf den Kompressor, die wird hier in den Boxen teilweise verbaut. Und hier komme ich rein mit AC, 230 Volt, und komme dann hier auf den Kompressor mit AC. Das heißt, diese Box, die mit diesem Netzgerät läuft, braucht kein ACDC-Wandler oder einen Gleichstrom-Adapter. Das heißt, ich habe hier AC, AC. Was hier drin in der Box passiert, da habe ich keine Ahnung. Ob da irgendwie Gleichstrom produziert wird oder sonst irgendwas. Also, ich komme rein, 50 Hertz, 230 Volt oder 110 Volt, 60 Hertz. Das wird zwar umgewandelt in Gleichstrom, weil technisch geht das nicht anders. Und dann kommt hier hinten wieder AC raus. Für mich ist das AC rein, AC raus. Brauche ich nach diesem Gesetz keine Energie-Lebel. Ich nehme jetzt wieder meinen Gleichrichter, 230 Volt, AC rein. Und hier auf diese Steuerung, wenn das in einer Kiste drin ist oder mit dem Kabel verbunden, dann habe ich doch AC rein und hinten auf der Steuerung AC raus. Obwohl ich zwischendrin gleich Strom messen kann. Ja, also das heißt, weil diese Kompressoren alle auf AC laufen und ich mit AC betreibe, nur die Spannung bzw. die Frequenz und dann auf drei Phasen wechsle, habe ich eigentlich kein Gleichrichter. Jetzt steht dieser Satz da hinten und keiner kann mir richtig Antwort geben. Ihr kennt ja vielleicht diese thermoelektrischen Kühlboxen, die so richtig scheiße sind. Mache ich euch oben links. Ich habe keine hier, aber was ich habe, ist hier so eine Hotel-Minibar. Diese Hotel-Minibar ist ein Peltier-Kühlsystem. Ein Peltier-Kühlsystem läuft mit Gleichstrom. Das kann ich nicht wie diesen Kompressor mit AC, also Wechselstrom betreiben, sondern dieses Peltier-Kühlsystem muss Gleichstrom haben, sonst funktioniert es nicht. Aber hier hinten habe ich einen Stecker, das ist ein Deutscher, aber das ist egal. Da komme ich mit AC rein. Hier drin hat es einen Gleichstrom-Adapter. Sprich ein AC-DC-Converter oder ein Gleichrichter, wobei ein Gleichrichter ist nach Wikipedia auch was anderes. Dieses Gerät brauche ich in Gleichrichter, sonst funktioniert es nicht. Dieses Gerät wäre jetzt zum Beispiel Label-Pflichtig, weil ich von AC auf DC gehe. Ich mache euch oben eine Mini-Bar, also so ein Auszugskühlschrank, der auch mit Peltier funktioniert. Und da seht ihr dann genau das offene Netzgerät dazwischen. Habe ich leider nicht mehr hier. Ja, jetzt ist die Frage, brauche ich für diese Kühlboxen ein Label? Diese zwei als Muster. Oder was ist, wenn ich nicht dieses Gerät drin habe, sondern ein Netzgerät und hier ein Drehstromwandler? Irgendwie in der Richtung. Ich habe hier noch ganz was Schönes. Also für die Komplizierten, die sich hier gut auskennen, mache ich ein neues Video darüber. Das ist der Energieeffizienz-Index. Das ist ganz einfach, kann jedes Schulkind. Früher konnte man ein Gerät anschließen, 5 Grad innen, 25 Grad außen. Und ich konnte den Strom messen, weil das ist ganz kompliziert. Kommt, irgendwann ein Video. Hier eben die Box, hier die Peltier-Kühlbox. Und jetzt ist die Frage, braucht dieses Gerät mit einem solchen AC-AC-Wandler? Oder AC-AC-Converter? Wie es im Englischen steht. Brauche ich da ein Energielabel? Oder ist das ein mobiles Kühlgerät, was wir als mobile Kälte so bezeichnen? Es wird noch lustig mit dem Energielabel, weil wir haben jetzt auch Kühlboxen, die konnten wir letztes Jahr gar nicht mehr verkaufen. Und heute können wir wieder, obwohl sie viel mehr Strom brauchen und so weiter. Also, ich sage jetzt nichts. Ich wünsche euch einen schönen Tag.